Wenn man so verletzt wurde, dass es einem die Sprache verschlägt. Isabel's Mutter hat mir zweimal mein Kind weggenommen. Kann ein Augenblick mehr sagen als tausend Worte? Zwei Jahre Punktstille. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder miteinander reden. Ich bin ihr Vater und ich möchte es auch bleiben. Aber sie muss da nicht zwischen uns stehen. Kann dieses Experiment das Eis brechen? Ich weiß nicht, ob man das wieder klapplöden kann. Der Augenblick am Sonntag um 18.55 Uhr in Sat.1.